Hättest du nicht auf der rechten Seite, dann werden wir hier drücken. Ich kann drücken. Bereit? Es ist die schnellste Zeit, um hier abzuschaffen. Ja, ich habe dir ja nur noch Zeit, was ich hier habe. Auch da gibt es eigentlich mehrere verschiedene Motivationen oder Beweggründe. Einer davon ist, wir machen Werbung für die Sponsoren. Ein wahrscheinlich fast wichtigerer Grund ist, gerade für die grösseren Sponsoren, zum Beispiel im Automobilbereich, dass sie einen direkten Draht haben zu Studierenden, die im Bereich Elektromobilität oder Fahrzeugbau allgemein schon erste Erfahrungen sammeln konnten. Ich würde es mal aufgestoben machen. Hey, ihr seid jetzt. Danke. 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 Danke.